Und wie das so schaut, geh ich halt mehrmals vorbei, natürlich oben nichts an und meine Brüste, die waren da unten vom Schwimmen sowieso wieder irrsinnig schön. Vom vielen Schwimmen. Ich bin ja irrsinnig viel geschwommen. Ich könnte den ganzen Tag schwimmen. Ich weiß nicht, was das ist. Jedenfalls keine Reaktion, da ich war verzweifelt, der Bursche reagiert nicht. Eines Abends habe ich mich dann angesoffen und bin voll fett aufs Meer hinaus, genau vor seinem Haus, und schwimmen und schwimmen irrsinnig weit hinaus, denn ich weiß gar nicht, wort ich mich umbringen oder was. Da habe ich ja noch gar nicht gewusst, dass der ein Motorboot hat. Auf einmal merke, wie ich schwach werde. Fast ohnmächtig. Wahrscheinlich Kreisler von vielen Saufen. Er ist aber gleich wieder besser geworden. Und dann habe ich zum Schreien angefangen. Nach circa zehn Minuten ist er dann mit seinem Motorboot gekommen. Okay, ich gehe kurz tschüss sagen. Du pass auf Jana auf, ja? Jana! Jana! Mama! Mama! No! No! I gehen, Is this President? forgiveness Mach's eine? Aufgehört. Vernünftig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Danke. Das tut gut. Noch einen. Was ist denn los? Ja, jetzt. Pass auf, warte. Ich erzähl's dir, du und du. So. Also, heute Mittag, ne? Programmsetzung. A creative brainstorm, wie das jetzt heißt. Jeder sollte sagen, dass er gerade arbeitet. Was für literarische Entdeckung er in der Hinterhand hat. Ich hab mal wieder nix. Wie immer in den letzten Monaten. Die anderen haben schon Betten abgeschlossen, dass sie mich abschießen nach der Sitzung. Der Wittek hat mir so erzählt, ne? Naja, und dann bin ich an der Reihe. Ich die Altlast. Ein Mann an der Uhren. Eine junge Frau. Schön. Allein. Stark. Der Mann wird Zeuge, wie sie das Kind vor seiner Mutter schätzt. Das ist das Schlüsselergebnis. Der Mann ist fasziniert von so viel Entschlossenheit. So viel weiblichem Willen. Er ist schwach. Mittelmäßig, ne? Er heftet sich an ihre Fersen. Verfolgt sie. Tag und Nacht. Wie besessen. Wie ein Parasit frisst er sich in ihr Leben. Das Leben einer stolzen, kämpferischen... Alleinerziehenden. Ich hab mindestens 20 Minuten erzählt und keiner hat mich unterbrochen. Danach schweigen. Die Krüger fragt mich nach dem Namen des Autors. Ich sag, deinen Namen kennt natürlich keiner. Denkt mir ein paar biografische Eckdaten aus. Tellerwäscher, Taxifahrer, jüdische Wurzeln. Und macht dich fünf Jahre jünger. Was? Und sie will dich kennen? Dann zack. Und dein Buch natürlich. Mein Buch. Ja, ja, ja.